So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Wieder eine kleine Infofolge und zwar haut Niantic wirklich alles mögliche an einem einzigen Tag raus. Morgen beginnt die Abenteuerwoche. Habe ich heute noch ein Video drüber gemacht, weil es ja jetzt nun diesen Hyper-Bonus zur Abenteuerwoche dazu gibt. Dann hauen die am selben Tag aber noch die Infos raus für, wie nennt man es, Crossover-Event. Das Crossover-Event von Pokémon GO und dem Pokémon-Trading-Kart-Game. Dazu wurde ja auch schon was gefunden und es gab Spekulationen, weil eben dieses Pikachu aufgetaucht ist mit diesem blauen Cappy und diesen zwei Karten auf der Mütze. Hat man schon damit gerechnet, dass es also gegen Ende diesen Monats wohl ein spezielles Event geben wird. Dafür, dass eben diese Karten neu rauskommen in Bezug zu Pokémon GO, dass wohl dieses Pikachu eingeführt wird. Und es gibt ja auch noch eine Rampenlichtstunde, die bis jetzt mit Fragezeichen gekennzeichnet war im Event-Kalender. Und ich hatte ja die Vermutung, dass vielleicht genau dieses Pikachu, was eben erscheint im Zuge dieses Events, in dieser Rampenlichtstunde dann auch drin sein wird, in der letzten Rampenlichtstunde im Juni. Ob das jetzt so kommt oder wird. Ja, guck mal, was hier steht. Hier ist auf jeden Fall noch ein komisches Bild von so einer Qualle, Fisch, Qualle, Dings, irgendwas. Wir feiern die Erweiterung Pokémon GO des Pokémon-Sammelkartenspiels mit unserem Crossover-Event mit Pokémon-Sammelkartenspiel. Was für ein komischer... Wir freuen uns unglaublich, weitere Details zu unserer Kollaboration mit dem Pokémon-Sammelkartenspiel bekannt geben zu dürfen. Bald könnt ihr eine Erweiterung Pokémon GO des Pokémon-Sammelkartenspiels kaufen, die an Pokémon GO angelehnte Karten enthält. Unser Plan war ja vielleicht trotzdem auch mal so eine Box zu bestellen und ein Unboxing zu machen, auch wenn ich keine Karten sammle, den Pokémon GO-Bezug aus den Karten zu präsentieren, mir reinzuziehen, was da drin ist und nach dem Unboxing eben dieses Pack und diese Karten, die wir dann da haben, zu verlosen. Man muss halt nur gucken, gerade wenn das nämlich rauskommt, sind wir hier in Berlin beim Go-Face und dann kann ich nicht an dem gleichen Wochenende ein Unboxing machen. Aber es ist an sich eine coole Idee für den Kanal nochmal, so ein Unboxing zu machen und dann diese angeboxten Karten insgesamt dieses Package zu verlosen. Diese Kollaboration feiern wir auch in Pokémon GO mit dem Crossover-Event mit Pokémon-Sammelkartenspiel. Bei diesem Event gibt es Pikachu mit Pokémon-Sammelkartenspiel-Kappe. Außerdem erscheint Mewtwo mit Spukball oder Psychostoß in Raidcamp und ihr könnt mit etwas Glück schillernden Meltan begegnen. Doch, das war noch längst nicht alles. Liest weiter. So, es gibt wieder ein neues Pokémon. Erstmal ist das ganze Ding hier von Donnerstag, 16. Juni, 10 Uhr, bis Donnerstag, 30. Juni, 20 Uhr. Dass da dieses Event ist, wussten wir schon. Dass genau in diesen zwei Wochen Mewtwo da ist, wussten wir schon. Dass Mewtwo eine Woche lang Spukball hat und die zweite Woche lang Psychostoß hat, wussten wir schon. Jetzt wisst ihr auch, warum Mewtwo überhaupt da ist. Eben für dieses Kartenspiel, für dieses Event. Reislaus wird neu eingeführt. Pikachu mit Pokémon-Sammelkartenspiel-Kappe. Reislaus und Tektas geben ihr Debüt in Pokémon Go. Ihr benötigt 400 Reislaus-Bonbons, um Reislaus zu Tektas zu entwickeln. Ist also auch wie bei Warblue, wie bei Weilmar, wie bei Carpador. 400 Bonbons, dann wird das Reislaus, Tektas. Ich brauche wieder männlich. Ich brauche weiblich. Ich brauche Lucky. Da könnte man wieder sammeln und dann tauschen. Man könnte ja eh tauschen, um eben die Bonbons nochmal voll zu kriegen, wenn ihr 100 habt und 100 tauscht. Gebt ja nochmal 100 Bonbons extra dazu. Und dieses Pikachu darf natürlich in keiner Sammlung fehlen mit diesem blauen Cabbie. Finde ich cool. Sieht noch was aus. Warum nicht? Meltan. Wer hat schon einen Shiny Meltan? Wer hat noch keinen Shiny Meltan? Ich habe Shiny Meltan. Ich habe Shiny Melmetal, auch 98 als Shiny, alles dabei. Gibt es ja immer mal zu Events. Die Meltan-Box kann man sich in der Regel ja die ganze Zeit überholen. Eben entweder über die Switch oder eben über Pokémon Home mittlerweile. Sodass man auch ohne Switch sich eine Meltan-Box holen kann. Haben wir auch ein Tutorial dazu gemacht. Wer das nicht kennt oder wer nicht weiß, wie man eine Meltan-Box bekommt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde euch das Video dann als Antwort darauf posten, dass ihr das seht, wie man an eine Meltan-Box kommt. Theoretisches Meltan, ein Pokémon, was man immer farmen kann. Das funktioniert ja dann wie Rauch. Auch kostenloser Rauch, der dann eine Stunde läuft, eine Stunde Meltan rauskommt. Ihr Meltan fangen könnt, ihr immer gleich drei XL-Baumoms dafür bekommt, weil es ist ein mysteriöses Pokémon. Kann die ganze Zeit nicht Shiny sein. In diesem Event kann es wohl dann wieder Shiny sein. Der Schlüssel zum Meldern ist die Wunderbox, die ihr erhaltet, wenn ihr ein Pokémon von Pokémon Go zu Pokémon Home oder den Nintendo-Switch-Titeln Let's Go Pikachu oder Let's Go Evoli transferiert. Wenn ihr die Wunderbox dann während des Events einsetzt, könnt ihr mit Glück sogar schillernden Meltan begegnen. Außerdem wird die Abklingzeit der Wunderbox während des Events reduziert. Eigentlich waren das immer sieben Tage, die man warten musste. Durch Corona waren das nur drei Tage, die man warten musste, bis man die wieder öffnen konnte. Also wieder aktivieren konnte. Wenn das jetzt nochmal reduziert wird, geht das dann jeden Tag, alle 24 Stunden. Das wäre natürlich brutal. Meltan trotzdem, also mehr Metall, die Weiterentwicklung. Ein sehr geniales Pokémon, was recht stark ist, hohe WP erreicht und gerade auch in der Go Battle League eine gute Figur macht, sagen wir mal. Und ansonsten, wer das Shiny noch nicht hat, wird das sicherlich auch nutzen. Sammlerherausforderungen. Beim Event gibt es Sammlerherausforderungen zu den Pokémon, die in der Erweiterung Pokémon Go des Pokémon-Sammelkartenspiels enthalten sind. Von Donnerstag bis Donnerstag, 16er bis 30er, sind sechs unterschiedlich schwierige Sammlerherausforderungen aktiv. Genau wie bei Pokémon-Sammelkarten, werden manche der benötigten Pokémon schwieriger zu bekommen sein als andere. Meistert sie alle, um Belohnungen wie EP, Logmodul, Brutmaschinen zu erhalten. Außerdem begegnet ihr Bisaflor, Glurak, Turdok und Meltan. Im Juni sind wir im Sammelfieber, deshalb laufen von 23. Juni um 10 Uhr bis 30. Juni, 20 Uhr, noch drei weitere Sammlerherausforderungen. Schließt auch diese Herausforderungen ab, um eine weitere Begegnung mit Bisaflor, Glurak und Turdok zu erspielen. Auf Deutsch, macht einfach alles, was da ist, ist eh das Beste. Wilde Pokémon. Was erscheint während dieser zwei Wochen, während des Events? Die folgenden Pokémon aus der Erweiterung Pokémon Go des Pokémon-Sammelkartenspiels, blöder Name, erscheinen häufiger in der Wildnis. Bisa Sam, Bisa Knosp, Glumanda, Glutexo, Shigi, Shiloh, Alola, Radfratz, Pikachu mit Pokémon-Sammelkartenspiel, Kappe, mein Highlight, Fleckmon, Carbodor, Evoli, Weberak, Natu, Griffel, Kamaub, Bedica, Dusselgur, Reislaus. Reislaus, also das neue Kamaub. Jetzt erst als Shiny eingeführt zum Go-Fest, wird viele sicherlich auch noch interessieren. Wer noch Bonbons braucht für die Star-Tau oder Mega-Energie oder sonst was, noch ein gutes Exemplar zum Entwickeln. Holt euch die Carbodor, auch Garados, Mega-Garados, immer wieder eine Wucht, sowas mitzunehmen. Mein Ziel wird natürlich sein, Reislaus-Bonbons zu farmen, 100er Reislaus, dann mal eins zu maxen, vielleicht das Pikachu in Shiny zu bekommen. Mit etwas Glück begegnet ihr aber auch Onyx, Sharnera, Relaxo, Dragoran, Letterking. Wer noch keinen Shiny Relaxo hat, versucht euer Glück. Wer noch ein grudes Dragoran braucht, immer drauf. Letterking, wer wieder angeben will mit, guck mal, 3000 WP Wild, immer drauf. Weitere Event-Pokémon, Lunarstein, Sonnenfeld, beide natürlich auch Shiny. Auch Lunarstein und Sonnenfeld sind in Erweiterung Pokémon Go des Pokémon-Sammelkartenspiels dabei. Deshalb erscheinen diese Pokémon während des Events auf der ganzen Welt. Nach dem Event erscheint Lunarstein nur noch in der westlichen Hemisphäre und Sonnenfeld nur noch in der östlichen Hemisphäre. Aber die wechseln ja so oft, theoretisch könnte man beide schon als Shiny haben. Ganz gemütlich, ohne viel Stress. Pokémon bei Feldforschungen habt ihr hier auch Bisa Knosp, Glodexo, Shilok, Pikachu, Reislaus mit Glück, aber auch Bisa Flor, Glurakturdog, Relaxo, Dragoran, Letterking. Also da werden wirklich gerade in den Feldforschungen schwere Geschütze aufgefahren, vor allem weil die alle hier auch direkt Shiny sein können, bis auf Dragoran und Letterking. Die Entwicklungen, ja, die Entwicklungen. Raid-Kämpfe, Stufe 1, Charnera, Lavita, Praktibalk, Reislaus. Ich würde immer noch keine Lavita-Raids machen an eurer Stelle. In der Abenteuerwoche spawnen das ja eh die ganze Zeit vermehrt. Es wird irgendwann Mega-Despo da geben, also macht keine Lavita-Raids, außer ihr wollt das halt wirklich unbedingt. Macht's halt, macht's halt einfach. Praktikal, wer das Shiny noch braucht, könnte Praktikal machen, ansonsten ist das auch ein gutes Kampf-Pokémon. Reislaus, wenn's in der Wildnis erscheint, würde ich da auch keine Raids von machen. Stufe 3, Alola Kokowai, Relaxo, Dragoran, Letterking. Wer unbedingt Shiny Relaxo braucht, vielleicht Stufe 3 Raids davon, aber kriegst du, wie gesagt, auch aus Feldforschungen, aber auch wild, würde ich jetzt auch nicht unbedingt in der Zeit Raids machen. Stufe 5 Raids, Mewtwo. Ich glaube, dadurch, dass Mewtwo da ist, werden die meisten sowieso keine 1er, 3er oder 6er Raids machen, sondern einfach sich alle auf Mewtwo stürzen. Wer das Shiny noch will, wer noch Bonbons braucht, wer einen 50er hochziehen will, wer seinen Krypto-Mewtwo hochziehen will, wer einen 100er braucht. Also bei Mewtwo gibt's wirklich, egal was, wie, wo, es lohnt sich eigentlich alles bei Mewtwo. Und Mega Raids wird wieder sehr kompliziert, denn Mega Bisa Floor, Mega Glurak X, Mega Glurak Y, Mega Turdok sind wohl alle zur gleichen Zeit da. Wer da noch Energie braucht, der ist erstmal selber schuld. Immer wenn ein neuer Mega Raid Boss reinkam, haben wir den auch angeboten, haben wir das auch gemacht. Es gibt immer neue Spiele, aber trotzdem. Wenn ihr die macht, dann schrumpfen die ja eh und es kommt dann im Prinzip das raus, was ihr hier direkt schon aus einer Feldforschung kriegt, ohne dafür Raid-Pässe auszugeben. Oder fangt halt ein paar wilde, normale Sachen, entwickelt die durch, Bonbons müsst ihr es in Masse geben. Da braucht ihr nicht unbedingt die Mega Raids, außer ihr habt natürlich noch nie Mega entwickelt und bräuchtet die, um es wenigstens einmal zu entwickeln. Ich werde also denken, die meisten werden sich in die Raids auf Mewtwo konzentrieren. Man wird natürlich schauen, dass man das Shiny-Pikachu bekommt und ich gucke, mein Ziel, Reislaus, Level 50, 100% beziehungsweise die Entwicklung davon. Was sind eure Favoriten? Auf was freut ihr euch? Was habt ihr für Ziele für das Crossover-Event? Vergesst Meltan, Shiny nicht und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal.